Das Auge des Feindes rührt sich. Das Ende ist gekommen. Jeden Tag langt Frodo tiefer nach Mordor. Woher wollen wir wissen, dass Frodo lebt? Was hat dein Herz dir? Komm her. Kommen zu mir, Ghaul. Dies ist eine Prüfung. Jeder deiner Wege durch Wildnis oder Krieg führt einzig zu diesem Pfad. Der Feind überlässt Aragorn niemals den Thron Gondors. Es ist so weit. Gib ihm das Königsschwert. Folge nun deiner Bestimmung. Der Schatz wird unser sein. Wer will uns umbringen? Niemals! Ich werde ihn nicht wegschicken. Komm, Smear, Ghaul. Zug um Zug. Bewegen sich die Figuren. Er ist hier. Dies ist es also. In euren Augen sehe ich jene Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen versagt. Wenn wir unsere Freunde im Stich lassen und der Wund der Gemeinschaft zerbricht. Aber dieser Tag ist nicht heute. Was auch geschieht, bleib bei mir. Heute kämpfen wir! Du musst nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Wir sehen das Augenland wieder. Du gabst die Gnade der Unsterblichkeit auf. Ich kann dich nicht mehr schützen. Durch Waffenstärke können wir keinen Sieger ringen. Nicht für uns selbst. Aber so kann Frodo sein Ziel erreichen. Nein! Nein! Ich kann mich nicht mehr schützen. Da war dich nicht mehr schützt.